Lektion 119 Zur Wiederholung am Morgen und am Abend Die Wahrheit wird alle Irrtümer in meinem Geist berichtigen. Ich bin im Irrtum, wenn ich denke, man könne mich auf irgendeine Art verletzen. Ich bin Gottes Sohn, dessen Selbst unversehrt im Geiste Gottes ruht. Ich bin Gottes Sohn. Ich bin Gottes Sohn. Geben und empfangen sind in Wahrheit eins. Heute will ich allen vergeben, damit ich lerne, die Wahrheit in mir anzunehmen und schließlich meine Sündenlosigkeit begreife. Ich bin Gottes Sohn. 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 Vielen Dank.